Und so ein Werser-Team ist eigentlich auch was für Nerds, ne? Auf jeden Fall! We'll teach you how to take care of yourself, your family and neighbors. So, ich hab mal einen Punkt draus gemacht, also so auf Firebase Rom 1. Geil. Narrow Burning Rom. Korrekt. Narrow Burning Rom. Mit Alkohol 120. Das ist doch echt, ey. Ich hör jemanden unter 25 oder unter 22? Niemand, oder? Ey, also ich glaub, ohne Witz, alle Leute, die unter 22 sind, haben doch nie im ganzen Leben eine CD gebracht. Kannst du da annehmen. Oder? Naja. Ich hab nicht mal ein scheiß Laufwerk mehr zu Hause. Den ich auch nicht mal verfugt hab. Doch, ich hab noch eins. Ja, ich hab ein USB-Laufwerk, aber das ist auch schon alles. Doch, ich hab wirklich tatsächlich noch einen Brenner eingebaut. Ne, viel schlimmer, viel schlimmer, viel schlimmer, viel schlimmer ist, dass in diversen Programmen und sowas, das Speichern Symbol immer noch eine Diskette ist. Ja, Mann. Ja, die Leute gar nicht mehr wissen, was das ist. Ja, die Leute gar nicht mehr wissen, was das ist. Das ist echt bitter, ey. Aber was soll man da sonst reinmachen? Ein MP3-Player-Symbol? Na, was heißt denn bitter? Warum nicht bitter? Obwohl, auch das kennen sie ja schon nicht mehr. Ne. Wer kennt noch einen MP3-Player, Mann. Wie cool. Was ist das denn, bitte? DISTMAN, Alter. Ja, aber DISTMAN. Als ich vom Walkman über DISTMAN und MP3-Player gegangen bin, da war richtig Alarm. Ja, hey. DISTMAN mit 60 Sekunden Anti-Shock, ja. Anti-Shock, ja. Ja, stimmt. Ha, 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 ha. Ninho, 30-sekunden- Anti-Shock, alter Streit, ey. и, ey. flavorful, geh, mej, dich, deine Platte mehr am Computer. Und erzähl mir...was war... Gott, ich reise die Vergangenheit. Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage, nicht was du denkst, ja. woher soll ich wissen was ich denke wird bevor ich höre was ich sagen antischock drei basisruten antischock los das ist voll viel batterie wenn du den immer an ja das team ist eigentlich auch was für nerds auf jeden fall oder so weicheier wie wir gerade wir hatten heute und wollen wir hatten heute ganze vier feinkontakte ja kontakt auf null grad 200 meter am hügel bald bei steigen das fenster einsteigen obere stockwerk ihr mann vernichtet naja du ja ich habe die lese ich habe ja nicht gesehen wir haben bestimmt mehr beschuss reingekriegt dass wir bestimmt mehr beschuss reingekriegt bezüglich zugführung wir haben einfach ich habe ja gesehen ich glaube kann die ecke gegangen hat aha fotos von igel igel babies ein paar süße bilder von igel jawoll geil igel sonic der hedgehog antischock okay aha we 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 we